Das Opfer wurde erwürgt? Ja, zumindest gewürgt. Man kann den Schal wie eine Schlinge einfach zuziehen. Okay, dann fass ich nochmal zusammen. Das Opfer wurde gewürgt, ist von da oben runtergefallen und wurde dann vom Auto erfasst. Sie sehen, es gibt noch eine ganze Menge zu untersuchen, bevor Sie mich nach der genauen Todesursache fragen können. Ja, was ist jetzt mit dem Wagen? Fahrt ihr bitte den Wagen weg. Wir müssen dich identifizieren. Wirklich ist uns das weiter, hier. Schlüssel. Ich bringe uns an an Jockey-Mose. Ich kaufe es Zukunft. Zwei. Frisch saniert. Ich gehe gerade nach Sozialbauern. Anders als andere Heime. Ich warte von Zahndorf entfernt. Zukunft. Alles klar. Alles klar.